3. Nachweis nicht streitiger Angaben Artikel 41 Absatz 1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung von der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen und die Angaben nicht streitig sind. Absatz 2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin. Und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin. Und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung. Untertitelung des ZDF, 2020